Schnellster Spieler, beste Standardschütze, bester Zielspieler und ein Trainergott an der Seitenlinie. Ich bin Kessem, euer Liga Insider und heute stelle ich mir nur eine Frage. Welchen Zaubertrick holt Frank Schmidt aus der Kiste? Let's a go! Ja, und damit sind wir im Team-Check von Heidenheim und wir schauen uns nochmal die Märchensaison aus dem letzten Jahr an in Teil 1 Rückblick. Ja, Teil 1 der Rückblick und als Aufsteiger direkt in die Conference League, vielleicht nach Leverkusen und Stuttgart, die Story im letzten Jahr. Und wir schauen uns mal an, wie sie sich da nach oben katapultiert haben. Und ehe ich hier auch nur irgendeinen Stead raushole, hole ich ihn mal ins Bild. Das ist MFS, Magier Frank Schmidt. Schaut mal in die Doku rein, richtig geil gemacht. Trainer heißt die, mit Ausführungszeichen. Und da lernt man ihn ganz gut kennen. Und ich stelle ihn heute auch während des Videos auch nochmal vor. Nicht nur ihn, sondern auch seine Spielidee und Philosophie. Erstmal, wofür steht er? Er steht erstmal für Realness. Er ist ein geiler Typ und er ist eine absolute Vereinslegende. Ihr könnt ja mal nachschauen, wann hatte er denn seinen Amtsantritt. Genau, habe ich schon für euch gemacht. Den ist es 17.09.2007. Der feiert in zwei Monaten 17-Jähriges. Also da können wir hier schön von Liga in Zeit auch nochmal einen Kuchen rausschicken nach Heidenheim. Und es geht ein bisschen in die Richtung Christian Streich, Freiburg, Legacy. Schmidt hat ein System. Situative Überladung in Ballnähe, Featuring. Ich lasse einen ganz einfachen Fußball spielen. Und den zeige ich euch mal hier in den Stats. Und zwar liegt ihm am Herz das Laufspiel. Sie waren die Top-Sprinter der Liga. Im Schnitt 250 Sprints pro Spiel. Und das waren die meisten der Liga. Und generell waren sie in allen Laufkategorien Top 3. Und das Laufspiel lässt sich gut in positive und negative Dinge ableiten. Und zwar kommen wir mal zu den positiven. Zum einen, du hast einen guten Gegnerdruck und kommst so zu schnellen Ballgewinnen und unterbindest einen Angriffszug. Aber negativ ist zum anderen, das ist natürlich sehr anstrengend. Das ist sehr intensiv, sehr eine hohe Intensität, einen hohen Einsatz, den du mitbringst. Und dadurch lässt du hinten natürlich auch viel zu. Sie hatten die zweitmeisten Schnittstellenpässe zugelassen. Und das ist natürlich ein Wert, der gar nicht gut ist. Von daher bringt es natürlich Positives und Negatives. Wir haben da auch gleichzeitig im Kopf Baumgart und seine Kölner. Das war nämlich auch eine Spielphilosophie von ihm, dass man sehr fleißig agiert. Und der Baumgart-Effekt hatte diese Saison kein gutes Ende genommen. Und es ging dann Richtung Abstieg. Heute ist alles vielleicht ein bisschen anders. Normal gehe ich hier im Uhrzeigersinn. Heute gehen wir mal gegen den Uhrzeigersinn. Also ein bisschen different approach hier von mir. Und, äh, ah, was sehe ich da? Eintritt ins letzte Drittel. 21,5. Das ist hier ein Doppelwert. Warum ist das ein Doppelwert? Obviously das schlechteste Team in sozusagen kontrollierten Angriffen. Also sie können keinen richtigen kontrollierten Angriff spielen. So, und da hole ich jetzt mal die Geschichte mit dem Hasen und dem Igel raus. Also stellt euch vor, Heidenheim ist der Hase. Ordentlich am Hoppeln, weil er muss natürlich auch diese 250 Sprints voll machen. So, da kommt jetzt ein schlauer Igel. Der guckt sich das an. Der Hase springt da so rum und sagt sich, ah, komm, den hoppel ich aus. So, der Igel ist schlau und findet die Lücke. Da können wir sagen, Heidenheim hatte keine Dominanz. Und gegen diese Igel-Teams sahen sie dann halt auch immer, sah es immer sehr schwierig aus. Sie haben es aber trotzdem geschafft, und das ist jetzt Frank Schmidt auch ganz hoch anzurechnen, den Igel auszutricksen. Und wie haben sie das gemacht? Also erstmal haben wir die Harmlosigkeit mit den wenigsten Eintritten ins letzte Drittel. Und jetzt kommt aber der Counterpunch mit Effizienz. Frank Schmidt konnte einen Effizienzgrad einkippen und hat dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Zielgrad geschaffen. Und das sehen wir in diesem Stat hier bei der Chancenverwertung. Die habe ich euch mal mitgebracht. Das heißt, wir haben hier die Harmlosigkeit versus Effizienz. Das ist quasi so dieser Doppelwert. Und da sind sie richtig gut. 25 Prozent hatten wir gestern bei Bochum. Die waren unten drin. Und Heidenheim kommt auf 31 Prozent. Sind ligaweit die 8. Ist vielleicht für euch jetzt kein super Topwert. Aber ich sage es euch, das ist ein richtig, richtig starker Wert. Und Spieltag 28 habe ich euch nochmal rausgeholt. Bayern München als Igel-Team. Und Heidenheim als Hase. Der Hase schießt neunmal aufs Tor. Trifft dreimal. Also da haben wir auch diese 33 Prozent. Da können wir das auch schon so ein bisschen erkennen, was da so der taktische Grad war. Einfach die Effizienz. Ein gutes Zielwasser hat sich Heidenheim da besorgt. Effizienz. Okay, da fragt ihr euch jetzt, wo waren sie denn effizient? Das sage ich euch natürlich. Power über Außen. Sie waren die absoluten Flügelhasen. Wenn wir jetzt bei der Hasen-Story bleiben. Und aus dem Intro habe ich es auch gerade gesagt. Sie hatten mit Dingchi den schnellsten Spieler. Sie hatten mit Beste den besten Standardschützen. Und sie hatten mit Kleindienst den besten Zielspieler. Und jetzt kommt eigentlich das krasseste, weswegen ich Frank Schmidt auch hier eingebunden habe. Der hat es geschafft, dass sich diese drei Spieler perfekt ergänzen. Also jeder konnte in die Rolle des anderen schlüpfen. Wir haben zum Beispiel Beste, der auf einmal Speedster war mit seinem 34er-Pace. Wir haben Dingchi als Vollstrecker, der dann auf einmal zehn Tore und sechs Assists auf die Bühne zaubert. Und wir haben natürlich auch Kleindienst, der zum einen natürlich ein Zweikampfmonster auch noch ist, aber auch als Vorbereiter in Erscheinung getreten ist. Also drei sehr flexible Spieler und die haben einfach sehr viel möglich gemacht, auch im Bereich Effizienz und Variabilität. So, der letzte Stat, das ist quasi jetzt hier nochmal mein Full-Circle-Moment. Frank Schmidt, einfaches Spiel hatten wir am Anfang gesagt, das war der erste Stat und den runde ich jetzt quasi ab. Was hat Frank Schmidt denn spielen lassen? Genau, lange Bälle waren sie Platz zwei, ähnlich wie Bochum. Dann haben wir die Flanken, auch da mit 663 waren sie auch das zweitbeste Team. Ist ein einfaches Mittel. Wo waren sie denn noch richtig gut? Und Standards, ganz genau. Standards lässt nämlich Frank Schmidt, das ist ein Fuchs, lässt er natürlich einstudieren. Und da haben sie die zweitmeisten Tore nach Standards erzielt. Nur Bayer Leverkusen war besser und das war es von der Statswiese. Also nochmal zusammengefasst, Harmlosigkeit versus Effizienz. Bei Heidenheim hat einfach letztens alles super geklappt. Aber die Frage ist, schaffen sie das nochmal? Ist Frank Schmidt so ein geiler Typ und packt er das einfach nochmal an? Das ist hier wirklich einfach die Frage. Und mit welchem Spielermaterial er das machen möchte und welchen Trick er eventuell auch zaubert, das schauen wir uns mal an in Teil 2 Kaderanalyse. Ja, Teil 2, das ist die Kaderanalyse und wir sehen Parallelen zu Bochum. Dazu gleich mehr. Start mal rein mit dem Dänen hier. Mikkel Kaufmann, über eine Million Euro Ablöse gekostet. Das ist schon ein Statement für Heidenheimer Verhältnisse. Der hatte eine richtig gute Zweitligasaison beim KSC dort. Das war aber vor zwei Jahren. Zehn Tore und acht ist es jetzt bei Union letztes Jahr. Da ging nicht viel zusammen. Und von daher ist es fraglich, ob der ansatzweise an die Qualität des, ihr seht ihn schon hier drüben, von Kleindienst herankommt. Ich wage das zu bezweifeln. Ich nenne aber auch nochmal die Torschussvorlagen und Luftkämpfe als seine Steckenpferde. So, der nächste Spieler, das ist Leo Cenza und ich hatte hier erst Conte notiert mit 700.000. Der ist ebenfalls gekommen, aber 600.000 Euro hat man gezahlt für Cenza und den sehe ich noch wertvoller. Das ist ein Zauberspieler vom Zuckerhut. Er war wohl der beste Spieler in der vergangenen Drittligasaison. Er ist dann nämlich mit Ulm auch aufgestiegen in die zweite Liga und er muss sich vielleicht noch an die Liga gewöhnen, aber er zeigt jetzt auch schon in der Vorbereitung sehr ansprechende Leistungen und ist technisch, das haben wir hier aus Insiderkreisen, wohl der beste Spieler der Heidenheimer. Also bringt auf jeden Fall ein Stammplatzpotenzial mit. Schauen wir uns auch gleich nochmal an in der Top 11. Dann habe ich noch Paul Wanner. Ja, also Wanner ist auch einer der spannendsten Spieler wahrscheinlich gerade in Deutschland. Ist ein super Talent geliehen vom FC Bayern München, 18 Jahre alt. Und den schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. Deswegen nehme ich dir mal nicht so viel vorweg. Ja, wir gehen auf die Abgangsseite und das ist für Heidenheim, das ist ein Klopper. Also die Abgänge haben wir hier, Traumduo, beste auf Kleindienst, war die fünfbeste Abschlusskombo der Liga. Das resultierte dann in 20 Tore, 18 Assists. Generell die Standardkombo war wahrscheinlich die heißeste der Liga und sie waren auch die Gamechanger des Teams, also die spielentscheidenden Akteure. Ähnlich wie bei Bochum, also hier gehen auch die besten Leute, reisen hier quasi ab. Mit Sessa, der am Ende der letzten Saison auch nochmal richtig gut aufkam, der ist zum Hauptstadtclub gewechselt in die zweite Liga. Also hast du hier einen kompletten Ausverkauf der Offensivreihe. Immerhin, Unterschied zu Bochum, kam auf jeden Fall gut Kohle rein. Also da konnte man auf jeden Fall ein bisschen Money reinbringen. Und da wird jetzt spannend sein, weil man sich natürlich auch umschaut nochmal nach einer beste Option, bester Ersatz. Natürlich wäre natürlich vorne auch noch einer gut. Aber da ist man aktuell am Schauen. Und ich gehe damit auch nochmal in den Talentschuppen. Den hatte ich ja eben auch schon hier angepriesen. Das ist Supertalent Paul Wanner. 18 Jahre, 8 Millionen Marktwert. Finde ich schon richtig geil. Und er trägt so eine Firepower in sich. Steuerte in jedem vierten Spiel der Elversberger einen Scorer zu. Also hatte da 7 in 28 Spielen. Und bringt generell auch einen guten XG-Wert mit. Und er ist auch ein guter Zweikämpfer. Hat da auch richtig gute Werte. Habe ich mir angeguckt. Tackles, Blocks und Klärung. Da sieht er richtig stark aus. Ist nur 1,85 groß. Und da muss ich auch nochmal ein kleines Defizit nochmal anbringen. Die Luftkämpfe. Da muss er nochmal ran. Da ist er im Moment eher ein Underperformer. Kleine Vereine, die stark performen. Die haben immer heiße Spieler. Und die sind natürlich gefragt. Die sind jetzt weg. Aber ein Mann ist geblieben. Wir haben ihn schon genannt. Der Magier. Und wer das ist, das zeige ich euch jetzt. Teil 3. Trainer und Vorbereitung. So, da ist er. Unser Starboy-Trainer Frank Schmidt. Und den frühstücke ich ein bisschen schneller ab. Weil wir auch im Rückblick schon viel zu ihm gesagt haben. Wir haben bei ihm auf jeden Fall die Authentizität. Fleiß und Cleverness. Das haben wir ja ausgemacht mit den Sprints. Und Cleverness natürlich durch die Effizienz. Das hat er der Mannschaft eingeimpft. Und er hat aus den Spielern Overperformer gemacht. Und deswegen war es eine absolute Overperformer-Saison. Und das hat Frank Schmidt einfach geschafft. Super. Wir haben die Grundstabilität. Da habe ich auf jeden Fall das Defensiv-Triangel-Netz. um Mainka, Gimba und Meloni im Blick. Zu denen auch gleich mehr in der Top-11. Und wir haben den ruhenden Ball als Waffe. Also das hat Frank Schmidt immer trainiert. Und das haben wir im Rückblick ebenfalls thematisiert. Das heißt ja auch nicht nur Trainer. Sondern das heißt ja auch Vorbereitung. Da bei den ersten Clubs, die wir bisher hatten, noch nicht so viele Testspiele absolviert waren. Heidenheim hat da schon noch ein paar mehr. Und zwar haben sie fünf Testspiele schon gespielt. Meistens gegen Amateur-Clubs. Und die haben sie ja in der Regel auch hoch gewonnen. Und da kann man doch schon ein bisschen was ablesen in Richtung spielerfrische Abläufe. Und wir haben ein paar Insider, ganz spannend, am Spielfeldrand. Und das ist natürlich Weltklasse. Da haben wir nämlich die Gewinner und die Verlierer der Vorbereitung. Und Gewinner ist Cenza. Der macht unberechenbare Dinge. Der erinnert hier schon den einen oder anderen an Schnatti. Den werden vielleicht auch noch welche kennen aus der Zweitligasaison. Auch eine Heidenheimer Legende. Und gilt als, wir haben es auch schon gesagt, technisch bester Spieler des Vereins. Bei ihm wird jetzt spannend zu sein, startet er. Davon gehen wir intern auf jeden Fall aus. Und wie er mit Rückschlägen und Misserfolgen umgeht, das ist auch noch mal eine spannende Tendenz. Und er könnte sich aber in jedem Fall zur Leistungsträger entwickeln des Teams. Und ich will hier noch mal einen ganz kleinen Gruß rausschicken an meine Hans-Dampf-League. Wehe, da bietet einer auf den Kollegen. Sonst mache ich euch die Füße heiß. So, das war ein kleiner Ausflug in eigener Sache. Wir haben Conté, den haben wir mal als Verlierer aktuell abgestempelt. Kommt über seinen Speed, das wissen alle. Kommt über seine Schnelligkeit. Aber Abschluss, Flanken und Zweikampf. Da haben wir aktuell ihn quittiert mit unterer Durchschnitt. Und deswegen schauen wir uns mal an, ob ich den denn auch in der Top 11 sehe. Und zwar in Teil 4, Top 11. So, und dann gehen wir mal zur Top 11. Und Frank Schmidt wird wohl wieder im 4-2-3-1 spielen lassen. Probiert auch das 4-1-3-2 mit zwei Stürmern. Das schauen wir uns ja auch gleich mal an. Wir gehen jetzt mal vom 4-2-3-1 aus. Tor ist klar. Kevin Müller, der ist gesetzt. Davor Traore. Über rechts Meinka, Gimba und über links dann Föhrenbach. Die kennen sich. Das ist eine eingespielte Bande. Und wir denken, dass die gesetzt sind. Busch hatte Verletzungspech. Und macht aber auf Traore auf jeden Fall Druck. Er wäre auf jeden Fall der Backup über rechts. Davor ist natürlich 6er Meloni gesetzt. Das ist vielleicht das Herzstück des Teams. Gerade auch in der Kombi mit Meinka und Gimba. Und er ist für mich der Quarterback des Teams. Sie haben auch mit ihm eine höhere Winning Rate. Also mit ihm gewinnen sie mehr Spiele, wenn er auf dem Platz steht. Ja, ansonsten Meloni ist bei geklärten Bällen. Hat er super Werte. Und bringt auch eine gewisse Physis mit. 1,87. Schraubt sich auch richtig gut hoch. 46 Prozent da. Auch seine Luftduelle richtig stark ligaweit. Dann die zweite Position. Neben ihm, da agiert wohl Schöpner. Das sah letzte Saison auch relativ konstant und gut aus. Auch er bringt eine gute Physis mit. Und durch seine Erfahrung sollte er auch gute Chancen haben. Auch ein sehr gutes Kopfballplay. Allerdings macht hier auch Neuzugang Kerber. Ich glaube nicht verwandt mit Angelique. Macht auf jeden Fall da auch Druck. Intelligenter Kämpfer ist er auch. Und spielt eine richtig gute Vorbereitung. Also das haben wir uns auch in der Redaktion nochmal abgesprochen gestern. Und der könnte, der macht auf jeden Fall Dampf auf Schöpner. Wir sehen Schöpner aber hier weiterhin vorne mit 70 zu 30. In der Offensive wird gerade voraussichtlich Paul Wanner als Kreativkran eingesetzt. Der soll es richten. Flexibler Mittelfeldspieler. Wir haben ihn auch schon hier als Supertalent im Talentschuppen gehabt. Und da ist die Abstimmung aber noch mit der Offensivreihe noch nicht perfekt. Aber er macht auf jeden Fall Dampf. Dann haben wir über Recht Zauberspieler Cenza. Den haben wir hier auch schon als Starboy auserkoren. Den sehe ich auf jeden Fall gesetzt. Und der zweite Platz auf dem Flügel ist hingegen offen. Wir haben in unserer Top 11 Honsag. Der zeigt gute Ansätze. Auch im Bereich Laufbereitschaft. Und ist da aber auch ähnlich wie Conte. Also das ist hier unser Zweikampf aktuell. Aufgestellt im Bereich Speed. Also die sind beide sehr schnell und wendig. Und das zeige ich euch hier einmal. Also entweder könnte halt Conte spielen. Oder sie gehen halt mit Honsag. Wir haben Honsag gerade in der Top 11 vorne. Und ich nehme auch mal beide raus. Denn es könnte auch ein Fragezeichen stehen. Es könnte auch sein, dass hier noch der beste Nachfolger kommt. Da schaut man sich gerade auf dem Markt um. Von daher, ich glaube, da kommt noch jemand. Deswegen lasse ich das hier einfach mal offen. Und im Angriff, da scheint Piringer gesetzt. Den haben sie wohl schon mit Auge geholt. Falls Kleindienst da losgeeist wird. Da war der Abgang wahrscheinlich schon forciert worden. Und deswegen war Piringer, kam auch schon letzte Saison zum Einsatz. Und hat auch schon ein paar Buden weggeknipst. Und er ist the man up front. Piringer Stoßstürmer. So, wir haben die Doppelsturm-Nummer. Haben wir hier auch schon gecallt. Ich stelle mal das System auf zwei Stürmer. Das könnte so aussehen. Und dann wäre Mikkel Kaufmann. Aktuell mit Anlaufschwierigkeiten in Heidenheim. Aber ihm fehlt es wohl ja aktuell auch an Beweglichkeit. Er ist aber im Bereich Torgefährlichkeit und in der Luft eigentlich eine richtige Wumme. Und könnte ja durch Frank Schmidt nochmal an die richtige Bahn gelenkt werden. Also er bringt alles mit. Die körperlichen Voraussetzungen und eigentlich auch die Kaltschnäuzigkeit. Er müsste halt nochmal fein gekitzelt werden. Und Frank Schmidt ist genau so ein Typ, der diese Stürmer zu Wunderstürmern machen kann. Von daher, Mikkel Kaufmann auf jeden Fall einen Shot auf die Doppelspitze. Und das zeige ich euch hier. Dann könnte man es eventuell auch so spielen. Und dann, genau. Vielleicht Wunder dann über linke Seite oder rechts. Cenza ist da auch flexibel. Kann beide Seiten bespielen. Genau. Oder auch in der Raute. Die mache ich auch noch schnell. Dann würde es so aussehen. Auch das ist denkbar mit Wunder hinter den Spitzen. Dann hast du links, dann hast du rechts Schöpner. Linke Seite könnte auch Cenza spielen. Offensives Mittelfeld dann Wunder. Defensiv Meloni. Und dann halt mit zwei Spitzen. Auch das ist eine denkbare Lösung. Dann haben wir noch Bräunig als dritten Stürmer im Bunde. Er hat das Potenzial auch zu regelmäßigen Einsätzen zu kommen. Aktuell kommt er aber nicht über die Einwechselrolle hinaus. Aber das wird sich zeigen. Let's go. Und dann gehen wir mal zu den Standardschützen. Und ja, da ist er wieder. Cenza. Nicht umsonst bester technischer Spieler. Aktuell aus dem Verein haben wir ihn ausgemacht. Von daher sollte er auch Standards nehmen. Dann haben wir Honsak. Der war jetzt in der Vorbereitung. Stand ja auch schon mal an dem einen oder anderen Freistoßpunkt und Eckpunkt. Also er ist auf jeden Fall auch einer, der die übernehmen könnte. Kommt natürlich auch darauf an, ob er spielt. Wenn Cenza spielt und Honsak sitzt auf der Bank, wird es schwer für Honsak natürlich Standards zu nehmen. So, und dann Schmidt legt großen Wert auf die Standards. Und die werden voraussichtlich auch erst trainiert im zweiten Trainingslager. Und zwar ist das in Milz. Das ist in Österreich. Und da geht es in drei Tagen hin. Und die Elfmeter, das ist hier wohl Chefsache. Er hat es auf jeden Fall getroffen und genetzt gegen Nats Scharps im ersten Trainingslager angetreten. Mare Wien-Pieringer. Er ist wohl dann auch der Elfmeter-Schütze. Ganz spannend ist natürlich auch immer das Auftaktprogramm, gerade für den Start in die Saison. Und deswegen sage ich mal, Regie, gib mir mal hier das Auftaktprogramm. Ja, und die Regie ist nett zu mir heute. Da bedanke ich mich, liebe Geht raus. Und dann gehen wir zum Auftaktprogramm. Wir starten mit dem FC St. Pauli. Da geht es erstmal ins Millern-Tor. Da höre ich von hier schon die Fangesänge. Da geht es mit einer Niederlage los, höre ich da schon. So, dann haben wir Augsburg zu Hause. Da sehe ich schon drei Punkte. Dortmund auswärts gibt es wieder ein Debakel. Dann haben wir Freiburg zu Hause. Die Prognose ist ein bisschen tricky, aber auch hier sind ein bis drei Punkte möglich, sage ich mal. Und in Mainz bekommt man eine Schlachtung. Von daher, Frank, also du hast ein richtig, richtig feines Auftaktprogramm hier zugelost bekommen. Mach was draus. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin langsam mal ein bisschen heiß gelaufen hier aufs Fazit und auf unsere Prognose. Und ich bin mal gespannt, wo wir sie einranken. Ich weiß natürlich schon, aber ihr wisst es noch nicht. Aber ihr bekommt es jetzt. Und dann starten wir traditionell hier mit den Mutmachern. Und ja, die Defensive ist so zusammengeblieben. Das ist schon mal etwas Positives, was ich dem abgewinnen kann. Die Außenspieler, da habe ich noch Zweifel mit der Bundesliga-Tauglichkeit. Aber wir nennen das erst mal Chemie, Eingespieltheit ist erst mal ein guter Punkt. Dann haben wir das Talentjuwel Wanner und den Zauberer Leo. Tschentzer, haben wir hier auch schon häufig genannt heute. Also die beiden machen auf jeden Fall auch Mut für Heidenheim. Und dann klar, Mr. Gameplan himself, Frank Schmidt. Also ich bin mir sicher, dass der sich hier auch die beiden Jungs da drüber, Tschentzer und Wanner, auch mal hier kurz zur Seite nimmt und sagt, hier Leute, und so knacken wir St. Pauli. Aber das schauen wir uns dann am ersten Spieltag genauer an. Ja, und die Problemzonen überwiegen aber bei mir. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Vakuum in der Offensive, also die drei Showmaker, die eigentlich die Show da gerissen haben, die sind alle weg und sie hatten eine extreme Abhängigkeit vom Offensiv-Trio. Kleindienst, 32 Prozent Torbeteiligung, Beste, 44 Prozent und Dingchi, 32 Prozent. Ihr könnt euch ausmalen, was das eigentlich bedeutet. Da brechen so viele Tore gerade weg. Von daher, das ist für mich Big, Big Downer. Dann haben wir noch einen Downer und zwar den Effizienz-Downer. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie nochmal mit 31 Prozent Chancenverwertung aus der Liga gehen. Ich gehe hier mal auf 25 Prozent und weniger. So, und dann haben wir die Mehrfachbelastung. Drei Wettbewerbe, also Halleluja. Und ich glaube, da geht man auch schon aus zwei Wettbewerben relativ früh raus und dann hat man immerhin den Bully-Fokus. Und damit habe ich jetzt auch nochmal einen Fokus und zwar im Rating. Das sieht nämlich hier so aus. Top 11, ein Stern, ist für mich unterer Durchschnitt, also viele neue. Die Carrier sind weg, die seht ihr hier rechts, da habe ich ein fettes Kreuz durchgemacht. Der Trainer, klar, ist ein Fuchs, aber die einfache Spielweise hatten wir genannt. Die kennen jetzt auch schon die anderen Teams. Und dass das alles hier wieder so klappt, hier auch mit dem Effizienzgrad und so, ich bezweifle das. Und der Kader ist mir zu dünn, gibt einen Stern. Und der Verein, der ist natürlich euphorisiert. Es geht in die Conference League. Das ist ein Wahnsinn in Heidenheim. Da wird die Hymne laufen. Die werden da alle jubeln und durch die Gegend springen. Ist schon mega geil, aber dadurch, dass keine Transfers gekommen sind oder einfach, ja, wird diese Super-Euphorie auch, glaube ich, schnell wieder verfliegen. Gerade, wenn der Start auch nicht sitzt. Von daher, wir nehmen mal die Euphorie hier mit, mit 1,5, ne, mit, wie viele Sterne denn überhaupt? Hallo? Wir nehmen die Euphorie mal hier so mit zwei Sternen und dann sind es 1,5 Sterne, ähnlich wie bei Bochum. Und damit gehe ich jetzt eine Runde Laterne laufen in Heidenheim. Die ist rot und ich sage, Heidenheim geht mit Platz 18 zurück in Liga 2. Und dann kommen wir zu meinem Gamechanger und das ist Patrick Meinker. Er ist der Abwehrboss von Heidenheim. Er ist Rohpunkte-Gott plus X, habe ich hier geschrieben. Der hatte jetzt zwei Saisontore und wenn Kleindienst nicht mehr da ist, vielleicht ist er der neue Zielspieler, gerade bei den Standards. Und er ist das Mentalitätsmonster. Ich finde, das sieht man hier schon ganz gut an dem Torjubel. Reißt die Jungs da nochmal mit und vielleicht muss er das dieses Jahr noch ein bisschen mehr tun. Ja, checkt mal die Shownotes. Da hat die L.I. die ganze Zeit der Crew auch ihre Gamechanger preisgegeben. Plus mein Brudi Mario ist heute auch dabei. Ja, vielleicht ein hartes Urteil, aber man muss halt auch sagen, Heidenheim hat den Zauberer. Und dass Frank Schmidt mit einem Trick aus dem Intro, den ich ja auch genannt hatte, aus der Kiste, dass der immer um die Ecke kommen kann und dann irgendwie doch nochmal Heidenheim beflügelt, das schließe ich niemals aus. Dafür ist er auch einfach zu clever. Mastermind Frank Schmidt, zauber was raus. Wir zaubern hier nochmal die Teamchecks in die Manege. Könnt ihr nochmal abchecken. Bochum haben wir hier und wir haben Union Berlin auch schon mal sehr spannende Checks gehabt. Checkt mal ab und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und morgen kommt Holstein Kiel. Also, liebe Grüße und Tschüss.